Willkommen zu einer weiteren Folge Skyline. Wir schauen mal eine Stadt an, wo wir noch was machen müssen, Verbesserungen. Ein Problem ist das Busdepot. Ist genau ungünstig gelegen. Da überlege ich mal eine Umfeldlagerung. Ein Bereich, wo bisschen weniger Verkehr ist. Gebäude verschieben. Wir werden gleich mal um Strom kümmern, um Wasser. Jetzt haben sie Wasser. Jetzt können die Busse von hier losfahren und blockieren hier die Straße nicht. Dann müsste ich mich hier in den Kreisverkehr einbauen. Wird schwierig, sehr eng. Mal schauen, wie sich das mit den Bussen auswirkt. So eine Verbesserung bringt. Sollte eigentlich passieren. Ja, mit dem Müll haben wir ein Problem. Wir könnten hier noch richtig hinschaffen. Recycling wollte ich mir mal gucken. Richtlinien. Besteuerung. granul. Okay. Vielen Dank. 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 Ja. 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 Schauen wir weiter. Schauen wir weiter. Wir sind auch bunt an dem Schnee. Schauen wir weiter. 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 Schauen wir weiter.